So, wir sind jetzt auf dem Weg zum Lester, der uns einen Job sorgen soll, damit wir das Geld für den Hausabriss zusammen bekommen, den wir veranstaltet haben. Also Spaß hat es auf jeden Fall gemacht. Gut, dann fahren wir jetzt mal hier entlang. Ja, bei diesen Abzweigungen, das ist immer etwas blöd auf der Minimap zu sehen, wo wir da genau langfahren müssen. Aus dem Weg. Ausgang verpasst. Ein Geldtransporter, den könnten wir jetzt überfallen. Aber ich habe jetzt keine Lust großartig vor, der Polizei wegzufahren. Boah, Arschloch. Du siehst doch, dass ich da vorbei bin. Du kannst nicht einfach abbiegen. Ein dicker Audi hat Vorfahrt. Gut, dann sind wir auch gleich da. Da geht's hoch. Okay, das so gut, wie geht's. Der ist noch nicht. Der ist noch nicht. Das ist noch nicht. Das ist schon ein zuhör. Wie ist noch nicht? Ich habe es ein Schlimmer ab. Ich habe euch gehört. So, dann sind wir die Gefahrt vor. Das ist noch nicht. Ja. Praise be! Ich glaube, du warst nicht sehr tot. Du brauchst meine Hilfe. Wie kennst du das? Weil du hier kam. Was würdest du... Ich habe nicht ein guter Freund für dich, Lester. Ich weiß das. Und du wirst mir mit mir tun, indem du was ich bitte. Oder eher, ich meine... Ich brauche etwas gemacht, du musst etwas wissen, damit wir uns nicht helfen. Ich brauche ein bisschen Dough. So, du bist wieder im Spiel? Ich glaube. Lester, was das vorhin passiert? Ich weiß, dass du nie meinen Namen nimmst. Ich weiß, dass ich nicht auf irgendwelchen Lichten. Ich weiß, dass du mich nie vertraut hast. Wie für dich, dass ich nie jemandem gesagt habe. Dass du, dass du, in Nord-Yankton, in Nord-Yankton wirst du, in Los Santos mit einem Schrank und eine Frau, die nicht mehr liebt. Ich liebe dich nicht mehr. Ja... Ja, well... Since you put it like that... Hey, shut up a minute. I'm getting an iFind alert. That little college boy sack of shit, phony fuck. Who? Jay Norris? Ja! That fuck is a lying bastard. I've read his fucking e-mails. He's a fucking cheat. I heard him say that he saved America. What, by outsourcing all the jobs? By selling us little bits of plastic, restricted access shit? Well, now it's payback time, you lying turd. The hell are you talking about? You are about to get that white-collar gig that you always dreamed of, Mikey. Here. Take this, uh, fashionably retro weird for a 45-year-old man, but I cannot let go of the 1980s bag and dress yourself up like a billionaire math genius with low-level Aspergers. You better be ready for the minor glitch of your repulsive pseudo-messianic life. Okay, Lester. Get out of here! Call me when you're ready. We are about to put the Darwinism back in social Darwinism. And brother, it is gonna be fun. Are you fucking kidding me? I'm a bank robber, not a web designer. So we'll go robbing soon. I'll find something. Just like the old days. He is pretty hysterical. So, also wir sollen jetzt, ähm, ja, wo's denn unser Auto? Da steht's. So, wir sollen uns jetzt zu, ähm, Laden begeben. Ähm, ja, gucken was wir dann machen. So, also wir müssen ihm einen Gefallen tun, bevor er uns einen Bankraub verschafft. Eine Hand wäscht die andere. Da sind wir doch gern dabei. Und so, Missionen waren schon eine Menge Spaß. Also wer GTA selbst noch nicht gespielt hat, der sollte sich wirklich mal überlegen. Wenn. Und wenn's nur zum Ausprobieren ist. So, da vorne links noch. Und dann sind wir auch schon da. So, da muss man hin. Dann pack ich einfach mal so. So, gehen wir mal hier rein. Ich denke, ich brauche etwas, ich weiß nicht. Geeky. Youthful. Du hast deinen Job verloren und die Welt verabschiedet, hm? Das ist zu schlecht. Ich habe nicht meinen Job verloren. Natürlich. Ich bin zu alt. Ich bin ausgesucht. Das ist das Gleiche. Das passiert mit meinem Vater. Jetzt musst du mit einer anderen Generation fit in. Hm? Was ist das? Eine Vest und ein paar Cargo-Shorts? So, dann... Schauen wir uns mal die Westen an. Das sieht auch eklig aus. Wir nehmen das hier. Da und hier Shorts. Genau. So schrecklich wie wirklich. Dankeschön. Alter Schwede, sieht das scheiße aus. So, dann... Ja, als ob ich jetzt extra drehen würde, um da hinzukommen. Ich glaube, zackt. Du kleiner, blöder Drecksack. Boah! Du kleiner, blöder Drecksack. Du kleiner, blöder Drecksack. Gut, davon sind wir schon am Ziel. So, geht zum Hintereingang. Komm, steck aus. Das müsste dann hier sein. Jetzt müssen wir warten, bis einer rauskommt. Wo du uns reinlässt. Hey! Hey! Oh, das ist großartig. Ah, PM ist für mehr Funktionalität. Aber wir sind maxed. Ich meine, wenn alles, müssen wir die Featuren streiten. Ja. Die Featuren sind nur eine Sache. Aber wenn das Design verändert sich die Mindest, teuerlich über Nacht, da ist nicht viel, was du tun kannst. Du wirst, was ich sagen? Meine Union-allocated-smoakbrick ist wohl auf. Warte einen Moment. Ich weiß dich? Ja, ich glaube, ja. Ich bin IT-Temp, richtig? Ja. Du hast nicht. Du musst etwas machen für mich. Du musst es in ein Ticket. Ah, nein. Ich würde das nicht aus dem Databag, wenn du was ich meine. Na, rennen können wir nicht. Können wir hier spielen? Nein. Da ist nur sehr im Trottel hinterher da. So, hier wäre ich jetzt kurz vom Joypad auf die Tastatur, äh, auf die Maus im Switchen, damit ich die... ...Seiten hier... ...schneider zu kriege. Boah. So. Und schon... ...eigen Programm. Eieiei. So, komm. Computer-Scan. Tja. Auf so... ...misteriösen Seiten... ...kommt man sich halt ne Menge... ...Viren... ...einfangen. Tja. Auf so... ...misteriösen Seiten... ...kommt man sich halt ne Menge... ...einfangen. Und nehmen wir mal zu dem Prototyp... ...die verdrahten den. ein iphone kann es nicht sein ein neues galaxy auch nicht weil die kann man ja nicht hinten aufmachen mehr beziehungsweise beim iphone konnte das gar nicht das ist ein leben ja da müssen wir raus rennen kann man immer noch nicht so jetzt sind wir draußen jetzt fahren wir nach hause hey michael hold on hold on yeah lester the things in the prototype i'm going home watch the keynote teabag time my friend lester did you hear me are you playing that game yeah yeah sorry phone is rigged what's your problem you don't like shooters they're all the same side you know me i'm a movie guy classic vinewood classic vinewood ended 30 years ago now it's just superheroes romantic comedies and remakes none of which interest me hey i believe this country can still make interesting movies there's no better way to find american life and a two-hour plot in which the hero looks good and defeats evil whatever you say enjoy yesterday anyway just call the device after he's unveiled it and then we'll talk was auch cool der telefoniert die ganze zeit hat keinen freisprechanlage hat kein headset an und holt dann einfach das telefon aus ist der hofentasch so kanal wechseln genau da müssen wir hin hey this company has come a long way since we started it in my parents pool house in east carol so er wird scheinbar das neue handy smartphone vorstellen Willkommen Willkommen 2 3 2 4 Ach du Scheiße. Voll den Kopf weggeblasen. Das hat geknallt. Bestanden, Freundschaftsanfrage. Missionszeit haben wir länger gebraucht, keine Popups haben wir auch zu lang gebraucht. Ahja. So, hier können wir uns umziehen. Ahja! Lester! Das war schwer! Siehst du die News? Ich muss nicht. Ich stehe auf die Marken. Ich werde nur Alpha kaufen. All right. Hey, was das andere Ding? Du weißt, die Score? Oh, ja, ja, absolut. Wir machen es. Putz auf eine Stücke, seh ein bisschen professionell, und treffen mich an meine Warehouse auf der LS Freeway. Oh! Oh! Und ich werde dir e-mailen einen Link für die Exchange. Du kannst ein paar Trades von deinem. Ich versuche, den Tag zu verlassen. Aber vielleicht schaue ich. So, dann ziehen wir mal was. Besseres an. Anzüge. Hm. Oh, schwer. Also entweder einer von den beiden, wobei ich den grauen Anzug besser finde. Gut. Den haben wir an. So. Wir haben einen neuen Kontakt. Michael, meine Kohle, wo bleibt die? Du bist sicher nicht... Du willst sicher nicht, dass ich dich nochmal besuche. Nächstes Mal wird es echt übel. Martin Matratzo. So. Gut. Dann würde ich sagen... Als nächstes treffen wir uns mit Lester. Schon wieder. Warum ist das Auto nicht repariert? Hä? Ja. 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 Ja.